Die hat doch nichts! Keine Namen von Traitor Falle Ja die sind die cool LOL Lass mal ne Map bauen In der es nur einen Ort gibt an den Waffen spawnen Nein 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 es gibt mehrere Mir egal alter Mir egal Wir sind tot So fallen euch immer um die Traitor Falle Ist das nicht so aus ob es eine komplexe Falle ist Die man irgendwie nicht drüber rumspielen kann Mir egal ist unter gewesen Ich hatte kein Slice jetzt fick ich den Er hat mich gestorrt hab ich gedacht Da liegt ne Leiche im Wasser Ja das hab ich auch mal gesehen Ja aber ich würde jetzt nicht hinrennen weil das sonst komisch ist Schießen Welche auch? Alright Ist das ne echte Leiche? Also ich bin hier hinten bei dem großen Berg Ist nur mal einer tot Patrick? Ist doch keiner gestorben? Das war ne Fake Leiche glaub ich Da liegt ne Leiche im Wasser War das da Konlo? Gibt so ne scheiße Pullen Ah da liegt ne Leiche im Wasser Da geht sie mit dem Fernseher Konlo Ja how about no Patrick Ey Roba Es könnte ja ein Boom Buddy sein Aber es könnte wieder ein Patrick sein Der jemanden einfach so umbringt Von Orisa Das wird Typ einfach da tot sein True Aber jetzt fär auf Mit was? Ja Wie ist jetzt zu verdächtigen alter? Ja du wüsst es wahrscheinlich Dann geht sie gleich gut für sich oder die Leiche gedehren Ja und dann steht da oben auf dem Berg Zwei Leute nebeneinander Und dann wären ja wahrscheinlich zwei Personen Kuh Ja Boah Das sind ja überhaupt nicht verdächtige oder so Ihr fucking Mongos alter Meine Freundliche Verbrauchung ist gestorben Wann wer geht es hier? Was ist gestorben? Meine Freund Ja gehen oder was Ja vor der Augen Ja ich was nicht Ja dann Hilf mal und sag ihm mal Das äh Das nicht cool ist Dein Meterkollegen Boah, äh, ne. So geht's eh halt tot, oder? So weit tot. Ne, so steht's. Er hat auch so weit tot, weil er, äh... Na, guck doch, pff! Schreib nicht wieder leicht, Alter! Mach mich in die Kirche! Ein komischer Bumba, den kannst du so zu Slend machen. Aber ne töllerin hast du, ok? Äh, 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 äh... Oh, du bist los? Wenn ich auch noch kreibe ihn ab... Oh mein Gott, ich hab gekillt! Oh, war der? Ihr Idioten! Ah, jeez, war auch noch Traitor, was das macht? Die ist von Patrick Fackleider, oder? Oder wer hat mich gekillt? Ich verklage das nicht. Die sind mit Wahre zu schreien, oder? Hast du den Problem, oder? Wer hat mich gekillt? Ich als der Kist. Eben, bei mir stand er. Wie hab ich eigentlich gekillt mit meiner Fake-Fleich? Mich? Da stand so, jetzt ist die Leiche von mir. Da stand er. Ja, das war der erste Bumba-Leiche. Bumba-Leiche, ja. Das Erste. Die, die Schwarz-Lieder, ne? Darierter. Hallo, Dato. Mr. Pat is dead-tack-dead. Ist das hier drinne? Was? Was? Okay. Das war nice. Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn töne... Okay, bist du Trader? Nein. Das klingt ja nicht ganz so nett, Mr. Dacollo. Seh ich irgendwas drin? Hey, wer ist denn? Womit! Ok, Sora scheint es zu sein. Ist es Sora oder was? Äh, warum? Also Genu redet nicht mehr, oder? Versteh ich nicht. Genu redet nicht mehr, es ist Sora. Nein, scheiß, warum? Ja, Sora oder Chaft, einer von beiden. Ich weiß nicht. Du tötest Sora. Nein, scheiß. Find's nicht. Was soll da überhaupt sein? Die ist halt so ein echte Shitcoin. Keine Ahnung, oder ich? Er ist im Maul, Alter. Doch. Ist das da hinten? Ja, Sora ist da hinten auf dem Berg. Auf welcher Berg? Ja, es gibt nur einen Berg. Geh es jetzt auf mich zu snipen. Er geht zu den Berg da hinten und tötet Sora. Hä? Nein, Roman. Ich kapier nicht warum. Ich hab nur Shotgun, ich kann ja nicht hingehen. Ich werde sterben auf dem Weg da hin. Roba, jetzt komm du da hin. Äh, ist es Roba? Der hat auch nicht Schossen. Der hat auch nicht Schossen. Der hat auch nicht Schossen. So war ich beigenatzt, oder? Ja, weil sie da hinten ist, Alter. Okay. Irgendwo bist du, Alter. Eben, auch ich lebe. Das höre schon von mir. Ja, du bist ein Monge. Zack. Was machen wir mit der Leiche? Verschwinden lassen. Oh, du Hursinn! Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Wie kann es denn sein, dass... ...hattest du noch einen Demo oder was passiert? Zehn? Zehn? Ey, du hast nicht genau... Na, weil vorgeschossen ist. Und nachher hast du noch zehn. Was, was werdet der Score? Ähm, wollen wir jetzt, ähm, Dings? Score, keine Ahnung. Heft, okay, Zeit bekommst du. Was wollen wir? Gute. Die Runde ist gleich vorbei, oder? Weil ich muss zumindest meine Folge weitersch... Ja, sehr gleich. Du musst jetzt meine Folge weiterschauen. Ich will sie unbedingt weiterschauen. Ich will sie unbedingt weiterschauen. Zora, es ist wichtig, eine Folge der Leiche, die jeden Tag... ...gucken kann, zu gucken, erst mit seinen besten Freunden zusammen TTT zu spielen. Kommt fort. Nimm das. Patrick? Was ist? Krater? Da, Prova. Nimm das. Junge. Das ist krass, der Typ. Nee, wär ich mir nicht so sicher. Ich glaub, Patrick ist es. Der sicherste Typ, krass. Äh, hallo? So was bei mir oben tut? Ich bin sicher, dass Patrick Trater ist. Nein! Denua! Dein Kopf war großgeschrott. Jetzt hat die Goldnick links zu rechts gelaufen vor dir. Und hat sich nicht bewegt währenddessen mit seiner Maus. Wenn du mit anderen es gekauft hast. Da, Patrick darfst eine Goldnick hinnehmen. Und mach auch andere. Ja, perfekt, ja. Und schieß jemanden an. Er feiert mich. Ich hab Cheese angeschossen, ne? Ja. Cheese war's nicht. Dann ist Roba wohl dein Konsorte. Alter. Wer ist es denn jetzt? Der Kolo. Wir können da durchs Haus schießen. Nein, ich bin's nicht so zu verträglich. What? Da ist aber auch noch Ruhe mit. Das ist ja schön. Was? 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 Ja, dann. Das ist Vollpatrick doch nicht. Hab ich mich verirrt. Was? 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 Alter, da Kolo ging. Da Kolo ging. Da Kolo ging. Ich hab auf Patrick geschossen. Warum hast du mich erschossen? Ich hab auf Patrick geschossen. 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 Nein, eine Runde noch. Ähm. Ja, weil Patrick und der Detective standen direkt unter dir. Patrick killt offensichtlich den Detective. Und dann schießt ich auf Patrick und dann sagst du, ich bin der Traitor. Ich komm aus, sport aus und dann dachte ich mir, du wärst es. Okay. Alter, das war halt meine Logik. Okay. Ähm. Na? Hat sie gestimmt? Nö. Oh. Vielleicht kommt mir jetzt einfach eine Binocular und dann zoome ich gleich auf Leichen drauf und identifiziere sie von Weitem. Ja. Ja so. Gut, dass du es sagst. Krass, Afrika. Ja. Ja. Ja, aber sind wir jetzt hinterher, Patrick? Was willst du so schwüller? Ich will schon, wo ihr drückt ist. Patrick, du hast ihn gekauft, oder? Haha. Alles super. Patrick. Jaaa. Jaaa. So haben wir sie wie Snyder-Boys. Jaaa. 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 Ja, nice. Aber du hättest mich auf dir, dass du dein Maus, dass du anstatt einfach deine Maus zu bewegen, liegst und rechts gelaufen bist. What the shit? Jaaa. Wo ist Cheese? Patrick ist da oben. Cheese lebst du noch? Jaaa. Jaaa. Da war ich ja gar nicht. Alter, ich komm hier nicht hoch. Oh, ist das ein Traitor rum hier? Wiss ich gar nicht. Oh, warum? Jaaa. Hallo, Traitor. Hilfst du jetzt. Ich bin da oben. Shit game. Wow. Oh mein Gott. Genua ist das. Genua ist das. Genua ist das. Genua ist das. Jaguar ich würde gerade seinen Namen sagen. Wie. Genua täigt nach dem Berg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. We need to be videoren. Oh mein Gott. Wie. Oh mein Gott. Ich hab dann ein Eckstee, nicht dieses. Was kann er gar nicht? Er hat seit Jahren gestorben. Fühlt sich jetzt hier willkommen oder nicht? Ja, spielt ihr noch? Ja, dann kann ich dazu kommen. Nice, nice. Irgendwer schießt hier schon mit dir ganz nett. Was schieß denn hier Jungs? Patrick, Patrick. Immer wenn irgendjemand es ist, ist es Patrick. Das ist aber echt so. Oh, Genu! Ich bin's nicht. Dann ist es Patrick, dann muss es Patrick sein. Dann muss es Patrick sein. Ich bin's nicht. Nein! Ich bin's nicht. 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 Er war elegant. Wow, was ist das für ein Quatsch? Er hat mich geschockt gern. Er hat mich geschockt gern. Er hat mich geschockt gern. Ich hab 20 Leben. Ich hab 20 Leben. Ich hab 20 Leben. Wer ist, wer ist, äh, Genua erlebst du noch? Hallo? Genua? Ich hab nicht rüber. Ihr passiert, Alter. Genua! Oh nein, Genua ist tot. Ich hab noch dem einen ins Spiel. Nein! Das ist... Das war wirklich nicht Roma! Das war nicht Roma! Das war nicht Roma! Also Patrick hat irgendwie... Ich kann irgendwie nicht weitreten. Schade. Echt schade. Vielleicht ist das so ein Ausländerschutz? Glaub ich auch. Okay. Er hat schon gestartet. Da Kolo, nicht kennen Sie. Also wir können hier im Server nochmal neue, äh... Ah, wie kann ich für jeden einen Typen Server neu starten? Doch, eigentlich schon. Was sind wir denn hier? Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt, wenn ich, ähm, beitreten will, steht da Spielinfo. Ja, das können wir nicht. Genau. Pfff! Wie das aussah! Das war nicht schade. Alter, der Kolo hat sich so verwirrt. Ich hab den Laser gesehen und dachte mir so, hä, das ist ja jetzt so ein roter Laser. Hä, das war doch gar nicht echt. Laufst da hin und dann... Ja, das war schlau, ja. Immer zu den Runden-Lader laufen. Hast du vielleicht den Dango, den Runden, wenn du schon weitergemachtst? Ja. Ja, müssen wir jetzt für... Ja. Ja, gleich. Nach der Runde hier. Nach dieser Runde, ja. Nach der Runde hier. 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 Nein, kein Tdm. Nein, kein Tdm. Nein, auch nicht. Da Kolo aus Tdl. Sfd. Ich bin innocent. Nur damit ihr es wisst. Äh, ctv. Was ist das? Egal, ich hab' den Fall aufgemacht. Raum. Den kannte ich gar nicht. Interessant. Ja, das ist mega. Wer hat den aufgemacht? Das würd' ich auch gerne wissen, aber das weiß ich nicht. Ah, ist was schönes? Ja. Das hast du gelöst? Leute, ich hab' den Fall gelöst. Was? Das ist das. Die, 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 take the fuck trick on. Ja. Oh, ne. Ah, T4 an der Mitte. Weg hier. Weg hier. Echt jetzt? Hä? Hä? Ist da jetzt C4 oder nicht? Nein, weil der ist tot. DT ist tot. DT ist tot. In der Mitte auf der Straße liegt C4. Das ist kein C4, das ist nur Munition. Kein? Was laberst du? Der DT ist an C4 gestorben. Ich bin da. Der DT ist an C4 gestorben. Guck, das war ich. Hab' ich gekollt. Aber er war nicht auf der Straße. Ah, jetzt bin ich wieder richtig. Doch. Wo hast du hier gestorben? Hä? Wer hat da? Ach, mega. Das hier, das meinst du da? Da kann man, du lebst du noch nicht mehr, ne? Da kommst du den, der liegt da tot auf... Wo? Oh! Ach, das ist Thomas, ich bin mir nicht ganz sicher. Du guckst genauso auf mich. Ja, aber... Das ist der einzige, den ich gesehen habe. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist es... Ich glaube immer noch, Patrick, dass es C4 war und dass der DT einfach davon getroffen wurde. Er hat sogar gesagt, in der Mitte der Map, das passt. Okay, wir sagen es leid. Auton, wir sagen es leid. Vorne. Vorne. Warte mal, Patrick, cool? Ja, hinter der Wand, hinter der Wand. Patrick? Es war tot. Patrick, 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 Patrick. Ja? Ich bin proven. Ich glaube, Patrick ist es. Ich habe einen Twitter getötet, mein Freund. Ich bin proven. Oh, achso. Patrick ist auch proven. Ja, ich wollte ihn testen, das ist auch wirklich testen. Thomas ist es. Hab ihn. Du hast ihn. Hä? Warum hast du ihn geschossen? Zivier! Zivier noch fünf Sekunden! In der Mitte der Klarte! Weg, 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 weg! Ich habe einen Fenten da angeschossen. Ich habe einen Fenten da angeschossen, wo ich durchbinden kann. Ja, also, äh, Map-Haus-Server. Ja, ja, aber... Weißt du, wenn ich diesen Laser wieder benutze, sage alle, ich bin es. Das ist echt so. Die ich benutze, leider. Ja.